Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge schauen wir uns eine mögliche Partnerschaft zwischen Binance und Facebook bezüglich Libra an. Wir schauen uns eine Partnerschaft zwischen Goldman Sachs und Facebook an, beziehungsweise was Goldman Sachs über Krypto denkt momentan. Und dann schauen wir uns noch an, wieso die Krypto-Apps-Downloads nicht am steigen sind. Bevor wir aber loslegen, ich habe gestern bereits in die Telegram-Gruppe gepostet, die Analyse von diesem Wochenende kommt noch. Ich habe sie gestern leider nicht fertigstellen können, werde sie aber im Laufe dieser Woche noch publishen. Und natürlich werden wir auch diese Woche am Donnerstag einen Livestream machen. Springen wir also in diese News-Story und zwar geht es um Binance. Binance soll am 27. Juni an der Fintech Junction Conference in Tel Aviv mit Facebook gesprochen haben. Und zwar spricht man momentan darüber, ob man Libra nicht listen möchte auf der Börse und ob man eventuell sogar nicht ein Node, also ein Knotenpunkt Betreiber werden möchte. Binance auch hier versucht natürlich den gesamten Markt von allen Seiten abzugrasen und versucht hier einfach eine Partnerschaft aufzubauen. Ich denke, es macht Sinn, wenn Facebook diese Stablecoin auf diesen Markt bringt und die Stablecoin, also diese Kryptowährung sich bewähren sollte, dann hat Binance natürlich ein Interesse daran, da sich ein Kuchenstück abzuschneiden und vom Handel bzw. vom Volumen dieser Kryptowährung zu profitieren. Binance ist in der Position, welche sie an sich nicht kritisieren müssen bzw. auch nicht verurteilen müssen, ob jetzt Libra eine private oder eine private Blockchain ist. Das kann Binance komplett egal sein. Wenn eine öffentliche Coin verkauft wird, dann hat Binance ein Interesse daran. Was ich aber spannender finde, ist der Fakt, dass Binance eben auch ein Libra-Knotenpunkt werden möchte. Als ich ein Video über Facebooks Libra gemacht habe, habe ich euch ja auch erklärt, wie das Ganze funktioniert. Man zahlt 10 Millionen US-Dollar ein und ist dann Teil dieser Libra-Stiftung und kann dann grundsätzlich einen Libra-Knotenpunkt betreiben. Das bedeutet auch, dass man als Knotenpunktbetreiber eben auch Einblicke in die Finanzströme hat. Und das ist eine extrem wichtige Sache, vor allem weil Binance ja grundsätzlich sich zum Beispiel aus den USA rauszieht, aber in Malta und in Hongkong eigentlich dominiziert ist. Und das bedeutet eben auch, dass Binance rein richtig gesehen gar nicht in den USA-Rechtsbereich fällt. Aber die Frage ist jetzt, was das für Konsequenzen haben könnte, ob man Binance überhaupt in diesen geheimen Bund, sage ich mal, aufnehmen könnte. Als nächstes sprechen wir von Goldman Sachs. Goldman Sachs, also der CEO von Goldman Sachs, sagt, dass alle Banken momentan Kryptowährungen anschauen. Die Technologie wird sich durchsetzen. Er sagt aber auch, es ist noch unklar, welche Plattform sich grundsätzlich durchsetzen wird. Er sagt, die Tokenisierung von Wertpapieren ist eine extrem wichtige Sache und da werden die Banken mitmachen müssen. Auch sagt er, dass grenzüberschreitende Zahlungen auch ein wichtiger Vorteil sind von Kryptowährungen und Kryptozahlungen. Und da deshalb eigentlich so ziemlich alle Banken versuchen, da Entwicklungen zu machen und auch ein bisschen zu schauen, in welche Richtung sich denn das Ganze entwickelt. Er schließt auch nicht auch, dass es eine Goldman Sachs-Coin geben könnte, ähnlich wie JPM-Coin, also von JPM, JPMorgan Chase. Aber nach wie vor sagt er, Bitcoin sei keine Gefahr für Banken, weil die Banken müssen sich einfach anpassen. Er sagt, Kryptowährungen und Banken, die können grundsätzlich zusammenarbeiten. Das eine schließt das andere nicht aus. Und wenn die Banken weiterhin Innovationen betreiben, dann werden sie sich zwar verändern, aber weiterhin existieren. Und das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Ich denke nicht, dass die Banken von heute auf morgen verschwinden werden. Teile des Banken-Businesses werden entweder verschwinden oder sich grundsätzlich verändern. Da bin ich mir aber ganz sicher. Aber grundsätzlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Banken in der Zukunft Tokenisierung anbieten, dass Banken in der Zukunft Kryptowährungen zum Handel anbieten und dass Banken in der Zukunft eben auch bei Netzwerken wie Libra etc. mit dabei sind, wo übrigens David Solomon, der Chef von Goldman Sachs, noch kein Statement dazu gegeben hat. Also er hat gesagt, wir können keine Partnerschaften kommentieren, die wir mit unseren Kunden haben oder eben auch nicht haben. Und als letzte News Story eine sehr wichtige News Story und zwar, wir haben jetzt in den letzten sechs Monaten starkes Bitcoin-Wachstum erlebt. Wir sind etwa von 3.500 auf knapp 10.000 bis 11.000 gestiegen. Jetzt sind wir wieder ein bisschen am Abwärtstrend. Das Ganze kühlt sich natürlich jetzt ein bisschen ab. Aber die große Frage war jetzt, von wem oder was ist dieses Wachstum ausgelöst? Und eine sehr wichtige Grafik hier, die Crypto App Downloads. Und zwar zwischen 2017 und 2018 hatten wir bei den Crypto App Downloads ein extremes Wachstum. Das heisst, all diese Apps wie Coinbase und Bitstamp und wie sie alle heissen und heissen, die haben natürlich ein extremes Wachstum verzeichnen können, weil immer mehr Leute, die eigentlich gar nichts mit Krypto am Hut hatten, angefangen haben mit Kryptos zu traden. Das heisst, diese Zahlen sind stark nach oben gegangen und man würde ja grundsätzlich erwarten, dass in den letzten sechs Monaten die Zahlen wieder nach oben gegangen sind. Dem ist momentan aber nicht so. Das heisst, wir hatten ein knappes Wachstum von etwa 1,8% zwischen 2018 und 2019. Was eigentlich bedeutet, dass die meisten Leute, die jetzt Krypto, Bitcoin etc. gekauft haben, eher Leute sind, die bereits im Markt waren. Also nicht komplett neue User, komplett neue Benutzer, die noch gar nichts mit Krypto am Hut hatten. Und das ist ein wichtiges Zeichen, das uns auch zeigt, dass der Bullenmarkt eben noch nicht zurück ist. Der klassische Bullenmarkt zu Ende 2017, Anfang 2018, war wirklich ein Markt, bei welchem viele Leute, die gar nichts mit Krypto am Hut hatten, in den Markt eingestiegen sind, mal ein bisschen Bitcoin, ein bisschen Ethereum und Ripple gekauft haben und alles in die Höhe geschossen ist. Und das ist momentan halt noch nicht der Fall. Das kann sich grundsätzlich ändern, kann aber auch bei einer Seitwärtsbewegung das Interesse wieder ein bisschen abflachen lassen. Ich denke, was uns die letzten Wochen und Monate gezeigt haben, ist, dass es relativ schnell gehen kann. Der Sprung zwischen 8 und 10 und 8 und 12 ist da relativ schnell gegangen. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie bist du aufgestellt? Ist dein Portfolio ready? Kaufst du immer wieder ein bisschen ein durch Dollar Cost Averaging oder machst du immer wieder grössere Investments Ende Monat, Ende Quartal, Ende Jahr und stimmen so die Preise für dich. Und das ist so ein bisschen das, was ich euch ans Herz legen möchte, dass ihr diese Downloadzahlen grundsätzlich nicht aus dem Auge lässt, weil das entsprechend auch das Wachstum zeigen könnte. Das war es von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert auch den Podcast. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.